Schweres Geschütz für Härtefälle. Martialisch und maximal Respekt einflößend, der Survivor R. Immer wenn es besonders brenzlig wird, kommt das Panzerbiest vom SEK zum Einsatz. Schon die Ausmaße sind gigantisch. 6,5 Meter Länge, 17,5 Tonnen Gesamtgewicht. Und mit seiner Ausstattung ist der Kampfkoloss ideal für den Einsatz. Bei Terroranschlägen oder gegen Rockerkriminalität. Die Kabine ist aus dickem Panzerstahl, bietet Platz für bis zu 11 Personen. Mit 350 PS bringt es der Survivor auf bis zu 100 Stundenkilometer, die Reifen mit Flankenschutz. Außerdem ist das Panzerbiest aus dem Hause Rheinmetall natürlich hermetisch abgedichtet gegen ABC-Waffen. Und vorn an der Wagenfront lässt sich ein Rammschutz oder Rammdorn anbringen. 2022 werden für die Polizei und Bundespolizei allein 55 Stück geordert. Kostenpunkt je 1,2 Millionen Euro. Viel Geld, aber für den Schutz der Polizisten ist jeder Euro gut investiert. In den mächtigsten Streifenwagen Deutschlands. Jungs 3. 3. 4. 5. 6. Vielen Dank.